Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living und wir haben ein Problem. Wann genau das Problem zum ersten Mal aufgetreten ist, weiß ich nicht so genau, aber es ist ein verdammt gefährliches Problem. Und es hat mit dem zu tun, was hinten links in Zottels Heck verbaut ist. Aufgefallen, so richtig ist es mir wahrscheinlich erst Mitte, Ende Mai, weil ich, wenn ich am Keller zugange war, immer gedacht habe, es riecht hier komisch. Irgendwie anders als sonst und nicht mehr so ganz normal. Zudem hat mich gewundert, dass meine 5-Kilo-Gasflasche, die ich irgendwie vor zwei Monaten gefüllen lassen hatte in Alter, plötzlich schon leer ist. Und ich koche hier keine Menüs über Stunden, sondern nutze Gas eigentlich nur abends zum Kochen mal 10, 15 Minuten. Ja, und da ist das Wort auch schon gefallen. Es roch nach Gas. In Zottels Keller leicht, wenn ich dann den Gaskasten geöffnet habe. Ziemlich intensiv. Und irgendwann habe ich es dann auch mal vor dem Van bei geschlossener Gaskastentür, bei geschlossener Hecktür gerochen. Als ich ungefähr hier stand, habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt doch nicht. Und weil außerhalb des Vans Gasgeruch, das ist schon komisch. Das ist dann Gas, das durch die Zwangsentlüftung rausströmt. Die ist ja hier unten am Gaskasten angebracht, dass eben Falzenleck besteht, das Gas entweichen kann nach außen. Und wenn ich also Gas draußen rieche, dann kommt das eben durch dieses Loch. Und das heißt, ich habe irgendwo in der Gasleitung, wahrscheinlich im Gaskasten, hoffe ich, ein Leck. Und das ist ziemlich problematisch, wenn man eigentlich auf Gas angewiesen ist zum Kochen. Denn mal kurz rauskriegen, wo das Gasleck ist, ist gar nicht so einfach. Vor allem bei schlechtem Wetter und man hier nicht den ganzen Keller ausräumen kann. Und da bleibt ja eigentlich nur übrig, Gasflaschen zudrehen. Das war es mit Kochen. Wie kann man ein Gasleck aufspüren? Eine große Portion Spüli mit einer kleineren Portion Wasser mischen. Und dann an den Verbindungsstücken, wo eventuell Gas austreten könnte, die Pumpe dranschmieren und gucken, ob sich Blasen bilden, wenn man die Flasche wieder aufdreht. Und dazu hatte ich jetzt bisher noch nicht wirklich die Möglichkeit aufgrund des Wetters und die Zeit und die Lust. Eine Sprühflasche macht es auch einfacher. Die habe ich auch nicht. Denn dann kann man das Gemisch in die Sprühflasche tun, dran sprühen und gucken, ob es Blasen bildet oder nicht. Und dann hat man das Leck. Eigentlich simpel, aber auch ein bisschen eine Sauerei. Und gewisse Dinge fehlen mir dafür einfach. Vor allem die Lust. Wir schreiben jetzt momentan Anfang Juli. Ich bin seither ohne Gas unterwegs und zum Glück noch nicht verhungert. Ja, weil ich punktuell vielleicht mutig und verrückt war und Gas dennoch verwendet habe. Nur kurz zum Kochen. Danach wieder Flasche zu und Ende, weil ich ja nicht weiß, wo das Leck ist. Ich vermute irgendwo im Gaskasten eins der Rohre. Viele Vibrationen, viele Schlagflöcher hier gehabt. Also kann gut sein, dass sich da irgendwas bewegt hat, was ich nicht bewegen sollte. Gasflasche in dem Fall auch nur ganz klein wenig aufgedreht, sodass wirklich nur ein ganz bisschen Gas rausströmt. Aber es wurde mir irgendwann immer ungeheurer, denn ich hatte das Gefühl, der Gasgeruch nimmt immer mehr zu. Nicht im Kasten, also im Wohnbereich, sondern wirklich im Gaskasten selber und im Heck. Ja, und dann war klar, Gasflasche bleibt zu. Aber wie soll ich kochen ohne Gas? Verhungern, nur noch kalte Küche? Gut, es ist jetzt nicht so, dass ich der super koche und super gerne koche. Aber ab und zu mal was Warmes ist ja schon was Nettes, oder? Also musste eine Lösung her. Und in meiner unschlagbaren Voraussicht habe ich ja eine EcoFlow dabei, die einen Inverter drin hat mit 2400 Watt und einen Induktionskocher. Und diese zwei Dinge retten mir jetzt momentan den Trip und das Essen und das Leben. Somit ist dieser Tabletop-Induktionskocher nun mein ständiger Begleiter. Der steht hier nicht dauernd auf der Küchenzeile, sondern während der Fahrt. Habe ich ihn sicher verstaut hier unterm Dinetttisch. Da habe ich noch ein großes Fach, da passt er gut rein. Zum Kochen hole ich ihn dann halt jeweils raus und dann geht's los. Dank meines EcoFlow Setups habe ich ja 230 Volt an der Steckdose. Dann muss ich nur noch die EcoFlow anschalten, den 2400 Watt Inverter und schon kann ich mit Strom kochen. Die Induktion hat 1600 Watt. Das reicht locker und dreimal für Kochen im Van. Also damit ist Fleisch super schnell angebraten. Und zwar nicht so wie mit der Gasflamme, so ein bisschen Fleisch geküsst und eher gegart als angebraten, sondern wirklich voll Power. Meine Töpfe sind nicht perfekt, aber sie funktionieren mit Induktion. Woran merkt man, ob ein Topf funktioniert oder nicht? Ihr haltet einen Magnet an den Topfboden. Bleibt der Magnet hängen, ist der Topfboden also magnetisch, dann geht das auch mit der Induktion. Ich habe zum Glück Topfe, die so halbwegs magnetisch sind. Induktionskochen bin ich von zu Hause gewohnt, habe ich auch. Ich liebe es. Ich liebe es auch hier im Van. Es ist für mich die geilste Art zu kochen. Und es gibt aber ein Problem bei der Sache. Und das ist nicht zu unterschätzen. Denn so ein Induktionskochfeld läuft mit Strom. Also braucht ihr ordentlich Strom. Ich habe eine 280 Amperestunden Lithium Batterie dabei. Die läuft super. Den gesamten Trip ist meistens voll. Aber ich komme nicht an diese Strommenge ordentlich dran. Denn das Induktionsfeld läuft ja nur über die EcoFlow und deren Batterie. Und die hat 160 Amperestunden Lithium. Wird aber sehr langsam nur geladen, weil ich entweder nur über Solar laden kann mit maximal 120 Watt. Sonne hatte ich nicht viel. Während der Fahrt kann ich laden mit 165 Watt. Das dauert ewig, ehe da 160 Amperestunden drin sind. Oder ich kann mit ca. 85 Watt über das Bordnetz von Zottel laden. Also Zigaretten, Anzünder, Auslass, Zottel in Solareingang EcoFlow. Da lässt die EcoFlow aber nur 8 Ampere rein. Und dabei werden die Kabel extrem warm. Ich muss das also runterregeln, häufig auf 6 Ampere oder noch weniger. Dass mir hier nicht aus Versehen die Hütte abbrennt. Also ich habe ein Problem, die EcoFlow wirklich dauerhaft voll zu kriegen und voll zu halten. Und auf Reisen größere technische Änderungen vornehmen kann ich persönlich sowieso nicht, weil ich es gar nicht hinkriege, weil ich nicht das Wissen habe. Und ja, sonstige technische Hilfe hier am Arsch der Welt in Norwegen auch schwierig. Deswegen für mich zwei Entscheidungen nach diesem oder während diesem Trip. Ich will weg von Gas und will eine stabile Stromversorgung für meine Induktion. Denn die Vorteile bei Induktion sind für mich einfach überwiegend Reinigungsaufwand einmal kurz drüber gewischt, weg. Man verbrennt sich nicht mehr die Griffel, weil eben kein Feuer mehr vorhanden ist. Man heizt den Van nicht mehr noch mehr auf, zum Beispiel im Sommer, wenn es eh schon heiß ist. Und dann kocht man noch im Van. Denn Induktion ist eine saubere Sache und das Kochen geht viel schneller. Die Dinge sind schneller heiß, ein halber Liter Wasser kocht, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und also die Vorteile überwiegen ganz klar dem Gas. Zudem bräuchte ich dann keine Gasflaschen mehr mitschleifen und hätte da wirklich weniger Gewicht dabei im Gaskasten, Platz für anderes. Und bräuchte mir überhaupt keine Gedanken mehr um Gas machen. Und das wäre einfach für mich schlagende Argumente für Induktion. Als, ja, ich sag mal eher Langzeitreisender und jemand, der viel unterwegs ist, tendiere ich auch dazu, mir kein Induktionskochfeld einbauen zu lassen. Also wirklich in die Küchenteile integriert und so. Sondern ich plane weiterhin mit einem Tabletopgerät zu arbeiten. Der Vorteil ist hier einfach, da ist Elektronik drin und Elektronik geht einfach auch mal gerne irgendwann kaputt. Hat man ein Tabletopgerät und es ist kaputt, dann fliegt das weg und man kauft ein neues. Hat man Integriertes in der Küchenzeile drin, wird es tricky. Erstens sind die Dinger deutlich teurer. Zweitens, wer wechselt einem das Kochfeld, wenn man irgendwo am Arsch der Welt ist. Und drittens, wo kriegt man überhaupt eins her am Arsch der Welt. Deswegen für mich ganz klar Tabletopgerät, denn die gibt es praktisch überall. Und zur Not nehme ich mir einfach noch ein Ersatzgerät mit. Dann habe ich ein Backup-System und das ist sowieso immer praktisch, wenn man sowas irgendwie auf langen Reisen dabei hat. Das habe ich jetzt selber festgestellt hier auf meinen, wie lange bin ich jetzt unterwegs, fünf Monaten. Es ist immer gut, gewisse Dinge doppelt dabei zu haben, die das gleiche erfüllen. Das Induktionskochfeld, was ihr hier seht, das ist, ich sage mal, Marke Eigenbau. Ich habe mal bei einem Hersteller für Induktionsspulen und Elektronik gearbeitet und bekam da ein Muster. Und das ist eben dieses eine Muster. Das gibt es also nicht zu kaufen, nicht im Markt. Das ist sozusagen einzigartig. Ja, und wer hätte gedacht, dass mir ein Induktionsgerät, das ich wahrscheinlich vor, ich weiß nicht, zehn, elf, zwölf Jahren erhalten habe, mir heute den Arsch rettet und den Trip verrückt. Soweit das Thema Induktion. Wie geht es jetzt hier weiter in Sachen Aufrüsten von Zottel für die Induktion? Richtig, dass ich auch wirklich an meinen Strom rankomme. Ich bin da im Gespräch mit Tino Eggert natürlich. Inverter oder stärkere Lademöglichkeit in die EcoFlow. Das sind zwei Möglichkeiten. Wir werden gucken, in welche Richtung es geht und dann hoffentlich das auch umsetzen. Dazu gibt es dann natürlich auch ein Video. Und solange das jetzt noch so ist, wie es jetzt ist, muss ich halt gucken. Ich habe jetzt noch vier Prozent, glaube ich, in der EcoFlow. Wie ich damit jetzt koche heute, weiß ich auch nicht. Ich hoffe auf Sonnenschein, dass noch wieder ein bisschen Strom in die EcoFlow kommt. Und wir für heute Abend genug in der Batterie haben. Das war es von mir. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Update gefallen hat und die Info. Vielen Dank fürs Abonnieren. Vielen Dank fürs Kommentieren. Und auch Dankeschön für Amazon Partnerlink Verwendung und PayPal Support. Coole Sache, freut uns immer riesig. Dankeschön und bis zum nächsten Video. Ciao zusammen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020